Dass in einer Trippelpunktzelle befindliche Wasser, das unter Einsatzbedingungen in flüssiger, fester und gasförmiger Phase vorkommt, kann als abgeschlossenes System betrachtet werden. Idealisiert findet weder ein Materie- noch ein Energieaustausch zwischen dem System und der Umgebung statt. In dem geschlossenen Glasbehälter befindet sich immer dieselbe Stoffmenge Wasser. Es gibt keine Vorrichtung, um Arbeit zu verrichten und bei einer ideal wärmeundurchlässigen Isolierung wird auch keine Wärme übertragen. Stoffmenge Wasser